Untertitelung im Auftrag des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist Jimbo Bullshit again. Die sind noch mehr drogen, die sind auch kaputt. So I'll get back a call. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So that's pretty much it. The tiger is doing nothing. It's pretty much standing there. You can pay $50. To have a look in the tourist. That's pretty much it for this live stream. I'm going to walk around the other side for a few. Probably this live stream is going to be abandoned anyway because of the George Michael music on the background. So... So... You can't buy an app here. You can't buy an app here. You can't buy an app here. Take care. Das war es so. Das ist quasi all die Tiger-Action. Nein, er geht nicht. Es gibt nichts mit ihm. Das Fahrrad haben wir gestern gehabt und das ist es. Ich werde noch gute Fotos machen und dann habe ich es wohl gesehen. Ich werde noch mehr Videos und Bilder machen und das ist es. Das ist alles, was du für den Tiger II bekommst. Das ist ein FT-17. Ich habe eine sehr gute Video von dem, wenn es um es herum geht. Es dauert, wie viel Zeit es hat, es dauert fast 10 Minuten, um von A zu B zu kommen. Ich werde dieses Live-Stream machen. Schauen Sie auf eine Position. Dieses Play Tiger II ist nichts wirklich spezielles. Es dauert, wie viel Zeit. Es dauert jetzt noch mal ein paar Tage. Ich habe das letzte Video von der Tiger II. Ich werde es nur noch was. Ich habe die letzte Video. Ich werde es nicht mehr aufhören. Ich werde es nicht mehr aufhören. Vielen Dank.